bisschen autospringen klasse car jumps dünnertier was ist passiert ich lieb es einfach ich liebe es dünnertier video ist jetzt 100 bits bei dir bei er kann muss ich machen wenn er wieder an ist ja cool also wenn jetzt wenn jetzt jemand 100 bits schiert und das wort dünnertier reinschreibt oder dann kommt das dünnertier gehoppelt das krass die einspieler bei headner tv das dünnertiers habe ich geliebt ja die waren immer sensationell so herzlich willkommen bei gta v für playstation 5 wir spielen hier noch mal die gta story es ist ein neues spiel und wir haben die story bereits durch und jetzt sind wir im kompletierungsmodus ja mann wir sind bei den autostunts die ersten 10 von 50 haben wir schon geschafft und wir machen die stanz mit franklin kann ich euch auch empfehlen weil franklin hat natürlich die klasse das krasse autofahrtalent wenn ich auf beide sticks drücke dann kann er zeitlupe lenken sensationell hallo rottenburg deluxe grüße dich grüße dich mein lieber downtown cap company okay nehme ich an okay 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 hatte ich ein systemdeck button für das dünnertiert näherte ich nicht habe ich nicht erwarte da muss ich jetzt quasi kann ich mit dem der taxi mission näher ich muss erst mal ein taxi klar machen oder wie muss ich das jetzt machen wie mache ich das jetzt mount sona medical center ist der typ da bin ich ja wie da wo das p aufgeploppt ist ja stimmt da kann ich auch mit dem normalen auto hinfahren oder aber ich sehe hier auf der map das p nicht weißt du was ich meine doch da ist es easy kein ding den fahr ich mit normalem auto das ist irgendein luxus burschi oder unter dem psp ja mann ich dachte schon irgendwo muss ein p sein aber ich habe in der falschen ecke geschaut pp 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 wieder neue follower hey wo die alle herkommen wieder ein neuer follower der tinder spalter grüße dich dank für ein follow thanks don't talk to me bitte während der fahrt nicht mit dem fahrer sprechen mount sinai medical center da ist er na geil der steigt ein das funktioniert also auch so ok ab zum weinwurtschein sein zum also quasi zum äquivalent von hollywood zeichen der fahrer ich bin wirklich nicht kittin bro dem nacht sich nicht auf das hier ist es adrenalin boner im 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 Er findet es cool, okay. Fenderbender, huhuhu. Total, ich finde es geil. Booyah. Und da wird ein Winged-Dude von Wein-Wood. Wein-Wood. Schildröter-Jumpen. Voll sympathischer Typ. Okay, was du sagst? Wir nehmen dieses Baby aus dem Weg. So? Tearing it up off-road. Oh, was bekomme ich jetzt? Leute, ich sehe sie gar nicht. Alles klar, bruh. 160 Dollar Trinke. Draufgänger. Oh, krass. 424 Dollar bekommen. Ach, krass. Zusätzlich zu meinen 12 Millionen. Was macht der jetzt? Kann ich das auch machen? Kann ich das auch machen? Der Jump da jetzt, oder? Hallo, Eddie, MX-Z. Gibt es irgendeinen Trick, wie man die Sachen anlegt? Den Fallschirm? Weil ich habe ja einen dabei. Der wollte doch irgendwo springen, der Typ. Was macht der jetzt? Okay. Sorry. Next stop, only big boys allowed. Smoked sie noch einen? Ist sowieso wie Cristiano Ronaldo. I've got to find the guys. They must be around here somewhere. Ja, das warten wir so mal ab, oder? Wo sind die guys? Where are you guys, dude? Aber er springt jetzt nicht. Hey, what's up with you, man? Hey! Und mit X macht man den auf, oder? Warte, warte, warte. Den Anlauf geht es nicht, weil ich habe die selbe. Nein, es hat nicht so gut funktioniert. Wenn, dann muss ich da aufs Schild hoch. Wenn, dann müsste ich da aufs Schild hoch. Anders geht es nicht. Das ist auf jeden Fall auch genug. Das war richtig mies, das eben. Anfängerproblem. Hallo Lena Kaiser, grüß dich. Bei dem anderen Schild liegt wahrscheinlich auch ein Fallschirm oben. Okay, let's go. Schön. Ein Träumchen. Ein Träumchen. Da unten ist das Dings. Das gibt es auch in echt, das Hollywood Bowl, ne? Das ist die Weidewood Bowl wahrscheinlich, oder? Da können wir mal einen Auftritt machen. Echt nice. Guck ich da drüber? Wahrscheinlich nicht. Nee, nicht wirklich. Naja, war schön. Oh, hier ist das Command. Ihr liebt das Dünner Tier genauso wie wir? Lasst es über den Bildschirm hüpfen. Einfach 100 Bits cheeren und in die Chia-Narie Dünner Tier schreiben. Schon hüpft es über euren Monitor oder Bildschirm. Beispiel Chia 100 Dünner Tier. Ohne die Anführungszeichen. Geil, Chaxi. Sehr geil. So. Wo sind meine Leute, die mit aufgepasst haben bei den krassen Autostunts? Wir wollen ja weitermachen. Gib mir das Karte, Dahl. Sorry, ihr Pisser. Alle 45, Mann. Hast du noch ein bisschen was vor dir? Ich weiß, wie du es bist. Also wir hatten ja da unten. Wir haben ja da unten hier auf dieser Halbinsel, die haben wir eigentlich jetzt komplett gemacht, oder? Aber wo es weitergeht, ist jetzt die Frage. Ich habe Bilder bei mir. Ich habe mir das Bild gespeichert. Hier. Puh. Flughafen habe ich gemacht. Da habe ich gemacht. Jetzt fehlt hier unten. Da unten ist noch einiges. Da sind noch zwei krasses Tanz. Hier in der Region. Dann checken wir da jetzt mal hin. Hey, Hundesalon. Schöne Mitternachtstanz. Das ist hier rote Welle, oder was? Oh, du dreckiger. Oh, du dreckiger. Ich würde jetzt die 39 und die 40 machen. Das wäre jetzt schon mein Gedanke gewesen. Wir haben heute wieder einiges zu tun. Krasse Jumperei. Gestern habe ich auch ganz schön viel Zeit verschwendet, dadurch, dass ich nicht wusste, dass es mit Franklin viel besser ist. Was? Wir sind geradet worden. Was? Was? Danke. Wow, krass geradet. Krass geradet von Küstenfahrlehrer. Dankeschön. Herzliches Willkommen. Fahrlehrer kann ich jetzt gut brauchen, weil ich muss das Autostanz machen. Habt ihr das auch gemacht in der Küstenfahrschule? Vielen herzlichen Dank. Da ist er gerade, schaut, als wäre ein Küstenfahrlehrer. Danke, danke. Das habt ihr schönes gestreamt. Fahrschule. Hallo, Tulki, Ulki. Und das dafür bin ich hier für dich. Oh, danke schön. Heißer als Tulki, Ulki. Küstenäule. Hallöchen. Haben wir eine Küste? Achso, Ostsee oder Nordsee, oder? Boah, krass. Neuer Follower. Danke, Legend of Lily, für dein Follow. Und danke, Küstenäule. Fettes Merci für eure Follows ihr Klassen. Tulki, Ulki 32 Grad. Ach, komm, ist doch harmlos. Moin, super Checker. Ich hoffe, es ist alles cremig. Ist es, ist es. Alles stabil, bra. Was habt ihr denn gestreamt, Küstenfahrlehrer? So, ich muss Stunts machen. Klasse Autostunts. Mal gucken, wo die sind. Das sind ja immer irgendwelche respektiven Rampen. Jet-Zam-Tier-Terminals. In alten Erinnerungen geschwägt und sowas. Ach, cool. Und dann seid ihr auf uns gekommen. Wer weiß noch, die beiden alten Dudes. Die mit dem Krass- und Dünnertier und so. So, jetzt gucke ich mal eben auf die Map. Es scheint, die 39 scheint, laut Map, hier zu sein. Hier irgendwo. Der Fahrer hat euch erpresst, damit er unser Alter erraten kann. Mit Akten. Akten-Serien. Mit alten Serien. Ach, cool. Handbremsen rein, Lenkung auf Max und dann einfach Vollgas. Digga, dann fahren wir krass einen Donut raus, oder? Container. Container. Obst du in den Containern auch so Rampen drin? Hier. Ach, guck mal hier. Das ist ein Stunt. Dann mache ich den mal, oder? Ich hoffe, dass der korrekt ist. Let's go! Fehlgeschlagen. Muss wahrscheinlich noch weiter. Muss drüber. Vermutlich. Aber es ist auf jeden Fall der Stunt. Der ist schon mal gut. Den habe ich schon mal gefunden. Meine Vorderung ist defekt. Ja, Mann. Da wird noch mehr defekt werden. Ich bin ein Zyklop. Verstehst du? Komm, gibst du Gas, Bruder. Komm. Yes. Flieg. Bis auf die andere Seite rüber. Nein, nicht geschafft. Oder? Hätte ich das besser machen können? Was hätte ich anders machen können? Irgendwo nicht dagegen dreschen wahrscheinlich, oder? Alle Mulmverbot. Grüße dich. Glückwunsch zum Partner. Wem wohnt oder was? Dankeschön. Dankeschön, Mulmverbot. Ich bin zu weit geflogen. Das heißt, man muss einfach ein bisschen vorsichtiger jumpen. Ach, ihr seid jetzt Partner. Wir sind schon seit vier Jahren Partner. Aber ich nehme die Glückwünsche gerne immer noch an. Okay. Hum. okay aber danke free angle ups guck mal den er ist jetzt gesehen hahaha alles gut brab na 1 weiter vielleicht bisschen weiter wie geht es dir sonst 3e in folge krass ja mann diesmal war es korrekt diesmal habe ich es geschafft so Stunt Nummer 39 ist abgeschlossen dann schauen wir mal zu Stunt Nummer 40 angeblich hier 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 irgendwo wie kann das sein der smart ist schon geil der Elefantenrollschuh geiler Begriff etwas weiter rechts dann bin ich im Wasser hmm mal gucken wir auf die andere Seite von dem Dings komme der Müllhaufen hier also fahr wieder zurück also fahr wieder zurück der Smart ist schon mega der Smart ist schon mega der macht schon Bock jetzt habe ich mal jetzt habe ich mal Smart gefahren jetzt habe ich mal Smart gefahren habt ihr schon mal Sex im Smart gehabt der hier der Haufen der kleine oder was der kleine Haufen der kleine Haufen der kleine Haufen hat sich die ok der fliegt aber gar nicht weit abgeschlossen sehr geil sehr geil sehr geil stabil so muss das und keine beweglichen der follower und taxi warum sind meine alert zeit ein paar tagen so leise mit der zufällig mal irgendwo dahin gekommen wenn du noch zuhörst könntest du da mal nachgucken irgendwie soll ich hier auch was sein kann sein schnipsel ein raumschrift teil oder so was soll hier sein papier schnipsel soll hier sein kiffler wenn ich schon mal hier bin oder ich sehe keinen hallo der master 303 wie geht's dir ich glaube wir sind keine papier schnipsel aber angeblich laut map soll hier einer sein laut dem komischen zettel hier irgendwo hier und hier ist es gut da da ist er alter der ist schon krass versteckt oder junge wer findet denn sowas bitte oder und wenn man schon mal da sind guck mal auch klar nach dem raumschrift teil so angeblich hier sein im wasser im wasser drin alter ich brauche mal auch mal aus dem powers hey komm wir schauen jetzt mal ob wir das hier wenden können aus dem power style ok die hat er das nur gemacht also das war jetzt auf jeden fall liebe bluer ist es war der papier schnipsel nummer 47 und hier irgendwo wieso kommen wir da nicht durch hier hier irgendwo ist ein raumschrift teil sein schauen wir mal oder mal kurz die map checken hier ich sehe nix echt vielleicht hier drüben hier ungefähr eine abo macht danke schön lieber chucks fürs checken und guck mal der rex hat im kristen fahrlehrer vorher ein abo geschenkt habe ich gar nicht mitbekommen sorry vielen vielen dank über ready er an dich und danke lieber dr pp ppp im 22 monat vielen krassen dank für unzapport ihr lieben dankeschön so also so haben wir scheiße gebaut was sind wir ertrunken gut also wir bleiben jetzt bei dem ein bisschen zu heiß hier an der ecke oh shit hey don't make me committed 187 und brichter okay also das haben wir 38 hier drüben irgendwo ich habe das gefühl dass ich irgendwie mal als das kennst du das wieder mit der maus zufällig über so einen drop down menü bist und du weiter scrollen willst aber in wirklichkeit veränderst du dort ein level das ist mir passiert beim obs und ich glaube es müsste alles gepasst haben jetzt hat nichts aufgefallen hast du die alle gemacht gehabt die ganze stanz was jetzt hätte ich im disco habt ihr ein date im disco oder was hier ist der junkyard von von michael du hast du online gemacht und ein paar noch nicht erfolgreich aber cool aber geil hast du gemacht respekt deswegen bist du eine gute autofahrerin danke lieber chucks dann sind die vielleicht einfach nur bei mir im also euch kommt die nicht zu leise vor oder das ist so meine frage so wo ist hier der start scheiß karte geklaut die haben wir mussten so angenehm es ist die ecke wo ich mit michael herumgerannt bin und kifflaum geschrien habe das ist die nach oben irgendwo mit der mühle digga oh ja oh ja oh ja let's fucking go oder was geht Tara Suarez he's good picking up some speed oh yes stabil abgeschlossen cool dass du eine runde zockst wie geht's ja mir geht's wunderbar ich habe spaß hier mal lieber ich liebe dieses game das ist so eine geile welt man kann so viel scheiß machen ja jetzt hast du auch wieder box amy black oder dankeschön altes namen war nice ne was haben wir denn hier papier schnipsel kommen direkt hier soll auch ein papier schnipsel sein vielleicht habe ich den sogar schon ich gucke jetzt parallel nach papier schnipsel nr 45 das war jetzt stunt nr 38 das ist ein subaru oder vom gefühl her sieht er aus wie so ein subaru da habe ich schon mal ne schnipsel ich glaube ich habe hier schon mal einen gefunden bin mir jetzt nicht sicher aber so asozial wie die versteckt sind wenn einer weiß wo die sind ja gut versteckt einfach sensationell eine open world so zu bauen ist einfach perfekt wenn einfach echt fast alles geht eigentlich geht alles ja 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 na ja och na natürlich ja krumme nase jetzt nur das haus da oder so hallo der rich grüße dich wo habt ihr gesehen den slide ja kann doch hier irgendwo sein bei scheint habe ich ihn schon aber wir sind uns nicht sicher es gibt ja auch keine korrekte checkliste oder sowas da ist nichts mehr hallo seh mal grüß dich auch den habe ich schon das muss irgendwas war weiße papierschnippe sein hallo blue eyes ich grüße dich willkommen im chat willkommen bist du dir sicher dass du den schon hast nein geh mal einmal links da wo dieses dixi klo vor dem gebäude steht ja bei mir dauert ein bisschen bis ich das im stream sehen da in das gebäude bitte einmal rein hinter diesem container steht so ein wrack von irgendwas rechts da soll der drin sein ach krass ach krass dann suche ich das mal hier ein bisschen ab ja neben dir rechts neben dir in diesem bus oder was das gewesen sein soll für ein fahrzeug ach so ok ich denke überall so scheiß schnittschnitten dieser bus ja 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 da ist er vielen dank 8 von 50 krass ja das ist aber echt nett dass du mir das geholfen hast das ist super nice ja ich will ja dass wir vorankommen hier ja ich war mal so unsicher weil hier ist ja so eine Szene da hat man ja auch so ein story plot point wo man mit Michael und den so abhängt da dachte ich mir vielleicht ist mir der bestimmste aufgefallen ja aber ich wollte jetzt lieber auf Nummer sicher gehen Dankeschön wenn du schon da bist gut gaming blue eyes danke bis später tschaußen wir unsere bots sind doch die besten oder das ist schon Wahnsinn man muss gar nichts mehr selber machen so jetzt wir machen jetzt aber weiter Stunts wir machen weiter Stunts so ein weiterer krasser Stunt ist hier den habe ich vielleicht aber auch schon gemacht da ungefähr da fahren wir jetzt hin yes yes guten Abend der Lord wie geht es dir neuer Follower neuer Follower Don Whisky Herzlich willkommen Don Whisky Don Whisky Don Whisky schon wieder so spät blöde Schlaf seit 10 Minuten schau ich noch zu alles klar oh nein neuer Follower musst du morgen früh raus oder was ich werde morgen deine Dünertiere beide zur Post bringen für deine Mama ist das andere oder wie echt für die Mama voll geil du hast mir geschrieben was auf die Karte soll oder das ist alles Mitte der Nacht mitten in der Nacht ich hätte es gerne gestern probiert rauszufinden als ich mit Michael gemeinsam unterwegs war mit den Prostituierten ob man das zu zweit machen kann geht es ja nicht online auch hallo ist der Lord grüße dich mir geht es super abgeladen noch was zum Abendessen einkaufen das war sinnvoll was machen wir hier heute wir machen Nebenmissionen wir sammeln alle wir machen alle Stunts alle Monster Stunts die sind so über der Map verteilt ah hier das sieht aus wie einer okay da muss ich drüber und ich muss vermutlich auf der anderen Seite drüben landen um 7.30 Uhr beginnt die Schicht oh krass danke schön danke schön ist der Lord ob ich aufs Dach fliegen muss naja wir nehmen jetzt einfach mal Anlauf und schauen was passiert mit dieser kranken kaputten Mühle aber egal zumindest gehen ja beide Frontscheibenwerfer so picking up some speed viel geschlagen ein bisschen schneller und ein bisschen weiter nach links ziehen vermutlich wie komme ich da jetzt wieder rüber okay vermutlich am besten mit einem Motorrad oder so aber hey mal gucken ob da oben ein Motorrad steht Taro Corp muss gleich schon zur Arbeit hast du Nachtschicht oder was also Respekt an alle die genau wie ich zu solchen krassen Uhrzeiten arbeiten meint ihr es macht mir Spaß jeden Tag bis in die Puppen GTA zu spielen meint ihr sie habe ich mir mein Leben vorgestellt die Puppen GTA zu spielen meint ihr ich mache das gerne dann nehmen wir dir den Smart äh ja voll gegen die Parkour gelaufen hier schon hier schon bei uns geht die Zeit ja sieben Stunden vor es ist halb sechs morgens nee was 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 Taro Corp wo lebst du wo lebst du das ja was hat die Zeit sieben Stunden vor was weiß es was heißt du wolltest und äh Südostasien LBJ 7 lyndon b johnson sieben stunden korea ja sowas oder oder indien kassel sing sieben stunden auf eine antwort warten nach japan cool sensationell fühlst du dich wohl da hast du auch irgendwie japanische wurzeln oder bist du da als als langnase allemann am start wir besuchen alle taro ja voll oder sehr geil man let's go würde ich interessieren wie irgendwie gastfreundlich japan ist so der dürfte passen der dürfte passen was ist für ein jump alter wo fliegt denn der hin kommt jemals wieder ich glaube der ist zu weit zu weit links schritt und dann auch explodiert das habe ich noch nie erlebt das ist ja richtig so san andreas mäßig dass die karre explodiert dankeschön 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 für die krasse trofäe yes 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 oh okay egal egal wie den sign nach vorne dreht die zeitlupe aus ja oder mit l1 ich fühle mich sehr wohl hier also was das soziale angeht das ist gar kein vergleich zu deutschland inwiefern es ist sozialer oder es ist weniger sozial zur anfrage ich habe keine japanischen wurzeln komme helterlich aus russland okay hast du japanisch so mit du lingo gelernt oder wie geht sowas auf jeden fall gut ab gut ab ich meine von mir hat mal gesagt wenn du wenn du auf dem außerirdischen planeten möchtest komplett anders dann ist japan ziemlich nah dran japan war die beste korea könnte ich was sagen japan war jetzt kann ich es nicht irgendwie bestätigen aber cool ich drücke den stick nach vorne ok also ja so wäre es gegangen aber ich habe den stick nach vorne gedrückt und es war ein Fehler weil dadurch hier kann ich wieder zurück springen habe ich die nase nach unten gedrückt ja genau so ja genau so also diesen sprung versuchen wir nochmal wieso blitzen meine capture karte die ganze zeit schau mal die wissen ja genau was mein autogeschmack ist oder stellen wir gleich hin oh mein oh mein es gibt bei dem tomato mucato die japaner sind was gastfreundlichkeit angeht nicht zu übertreffen die sind alle so freundlich aber der mittlerweile auch hier in japan bei einer relativ großen firma als informatiker ach wie krass geil man hat japan auch so ein überalterungsproblem in der gesellschaft dass sie sagen wir suchen fachkräfte vermutlich auch oder gute nacht alter slama schlaft gut ich schicke den dünner die nach japan oder hier rumlaufen also hey was ist das let's go ah zu weit links zu weit links ne doch wieder fehlgeschlagen der war aber gut der war doch gut der war eigentlich gut der war eigentlich gut du hast damals schon als kind versucht die japanisch anzueignen durch animes etc aber auch mittlerweile auch keine verständigungsprobleme und meistens unsere online meetings auch auf englisch junge super kalt super krass einfach beeindruckend ist ja nicht so dass die sprache irgendwie so auch nur ein touch verwandt wäre mit unseren mit unseren sprachen hier in der europa das ist einfach so vom scratch einfach alles neu ruhe oder ab hey hey you look great Das ist kein Fachhälfte mal, okay. Interessant. Umso beeindruckender das dann, weil du dort einen Job gefunden hast. Und wie nennt man dann so, wie nennt man dann, ähm, Nicht-Japaner gibt's da so, ne? Was ist das japanische Äquivalent für Gringo? Keineck. Danke für den Abo! Warte, 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 warte. Zu weit. Gaijin. Gaijin, okay. Vielen Dank für dein Abo, Jesse Pinkman. Danke, Mann. Heieiei. Also, es ist nicht leicht. Man kriegt's nicht geschenkt. Oh, 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 oh. Stalker 2 ist noch 35 Minuten gebläckert. Das finde ich gut, glaube ich. Ja? Ist mehr so Horror, oder, Stalker? Hört sich Horror an. Na genau, das ist nicht ganz funken, es ist ja irgendein Mann. Oh, es ist nicht ganz nett, was du sagst?! Selten die Vkwurçuk source bisher nicht jetzt zu kennen, wo's anders ist? Ich habe gehört, dass Chinesen krass rassistisch gegenüber Schwarzen sind. Auch von Japan habe ich echt nichts gehört. Okay, noch ein Versuch. Abgeschlossen, so ging es, so ging es, mal kurz checken, warum ist immer so, warum kacken ist. Can have some money is for crack, Dankeschön Chuck, du Jan Mann. Vielen krassen Dank, aber wir haben tatsächlich ein Problem mit der Capturing-Karte. So heiß ist es eigentlich nicht bei mir. Aber gut ist es nicht. Dein ist 4,5 Jahre alt. Check, Raumschiffteil Nummer 44 eingesammelt. Ton passt, kein Stammbild, aber es flacken bleibt, ja. TV-Nikopol hatte neulich Probleme mit dem Grafiktreiber-Update proben wurden. Ja, aber es ist ja Playstation. Es ist ja Playstation. Stunt 37 bitte nicht vergessen. Ah, den haben wir noch nicht gemacht, oder wie? Ja, richtig. Danke für den Tipp. Dann machen wir den noch. Und dann würde ich sagen, geben wir einfach der Gerätschaft einfach ein bisschen Ruhe. Das ist ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist dann 37 Das wäre dann hier Der Haufen, oder was? Haben wir den nicht schon probiert? Den haben wir probiert, aber er hat nicht geklappt, oder wie? Ne, oder sieht der nur sehr ähnlich aus? Ne, den haben wir nicht probiert Der geht von hinten aus wahrscheinlich Das ist ein neuer Haufen, weil der andere Haufen hat er Auch noch eine kleine daneben Auf die Brücke hoch, oder? Hey, schon wieder neuer Follower Hey, wo die alle herkommen? Krass! Fehlgeschlagen Vielleicht sollte ich auch gar nicht da hoch Vielleicht sollte ich über das Wasser Neuer Follower Sebo7 Dankeschön für den Follow Aber auf die Straße hoch Kommt mir realistisch vor Du musst auf die Brücke Nur nicht so weit springen Dankeschön Das betrifft mich nicht Ah, der ist jetzt gut gelandet Muss ich sagen Da gibt es irgendwie nichts zu motzen Necitation Nein, ich schwitze nicht Ich bin aber auch kein Schwitzer Weißt du Wieder zu weit geflogen Da kommt der Igel Ja, genau Sehr geil Einfach ein Igel Einfach ein Igel reinhauen Nein, nicht wirklich Puh Fresh Fast 28 Grad bei dir Naja, also ich muss sagen Ich wohne im alten Haus Und hier sind echt dicke Wände Das ist schon relativ angenehm Aber Offenbar hat der Compi Ein paar Probleme mit der Hitze Bricks Alarm Ja, Mann Herzlich willkommen Herzlich willkommen Du krasser Du krasser Was geht, was geht, was geht, was geht Unser Forsthaus Amigo Ich hoffe, es geht dir gut Welcome back in der Zivilisation Du warst ja irgendwo hast du was krasses gemacht, oder? Du hast ja irgendwas krasses getreten Du kannst jetzt Gangster gehen Hallo Poli 187 Hallöchen Ah, nehmen wir den hier Komm, wir nehmen den Hoch auf die Strada Wir schauen mal Zu viel Linksdrall Ich liebe sie Ja, wir lieben dich auch mal lieber Vielen Dank für den Raid nochmal Und herzlich willkommen Die Zuschauer von Flocke Hey Flocke, was macht The Devil The Devil Das krasse Parfum von Flocke Das liebe ich sehr Habe ich mir bestellt Support ist kein Mord Flocke Bei uns gibt es Dönerz-Pierde Okay, Vollgas Irgendwie beschleunigt der nicht so richtig Malin malin In CJ7 hier Ah, der kommt gut, der kommt gut, der kommt gut Abgeschlossen Den haben wir geschafft Den haben wir geschafft Man kriegt ein richtig geiles Fahrzeug War das Einsprung Perfekt, oder? Kompi hat kein Problem, sagst du Ich glaube, dass die Play sie vielleicht Probleme macht Jetzt geht der Scheiß mit dem Ton wieder los Merkt ihr? Und ich weiß es nicht, ich glaube, es liegt an der Capturing-Karte Schön ist es nicht Schön ist es nicht Flackern tut es trotzdem noch, ja Und es wird nicht besser Und es wird nicht besser Ja Leute, dann beenden wir jetzt einfach Dann beenden wir das Hilft ja nix Hilft ja nix Nee, es war nicht der HDMI-Switch Es ist wahrscheinlich die Capture-Karte Chaxi meint, wenn die ordentlich warm wird Dann könnten sich ein paar Schlechte Lötstellen entwickeln Und daher Dann eventuell durch Kontaktprobleme Dieses Flackern und der komische Ton entstehen Ja Was wahrscheinlich bedeutet Die ist durch Ja Weil es lötet sich ja nicht wieder zusammen